Mein Name ist Hans Koch, ich bin Produktmanager bei der BayWa für Blantera, landwirtschaftliche Mischungen. Wir sind heute hier in der Nähe von Igensdorf, um uns einfach die Grünlandbestände anzuschauen, die durch die Hitze und durch die Trockenheit sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die letzten beiden Jahre war es ja so, dass wir einmal ein Trockenjahr hatten und im letzten Jahr etwas mehr verwöhnt wurden durch mehr Niederschläge und wir waren alle der Hoffnung, dass solche Jahre wie 19, 18 nicht so schnell wiederkommen. Jetzt sind 22, stellen wir fest, sie können wiederkommen und unser Hauptthema wird sein, wie wir solche Bestände, wie wir sie hier finden, klimaresilient umbauen. Einer der wichtigen Punkte ist, wenn wir unser Grünland klimatolerant anpassen wollen, dass wir uns die Bodenuntersuchung anschauen. Kalk, Kalium, Magnesium, Schwefel, Natrium sind wichtige Bausteine, damit die Wiesen schnell wieder austreiben. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist der Kalk und innerhalb der Bodenuntersuchung sehen wir natürlich, ob wir einen passenden pH-Wert haben beziehungsweise ob wir ausreichend Kalk haben. Wer einen Schnelltest machen möchte, wie viel Kalk oder ob er freien Kalk im Boden hat, der kann das mit der 10-prozentigen Salzsäure machen, einfach auf den Boden träufeln. Wenn er schäumt, dann haben wir freien Kalk. Dann ist auch die Gewährleistung, dass wir Kleearten wie den Rotklee, den Hornklee, aber auch den Weißklee sehr gut etablieren können. Ein weiteres Thema ist natürlich die Kali, die Magnesium und die Schwefelversorgung. Das zeigt uns die Bodenuntersuchung. Haben wir das sehr gut ausgeglichen, also reagieren zum Beispiel auf einen Kalkmangel durch eine Kalkung, ist der zweite Schnitt, dass wir schauen, wie gut kann der Boden durchwurzelt werden. Dafür nehmen wir einen Penetrometer und das kann uns anzeigen, wie gut die obere Schicht durchwurzelbar ist. Und durch das Drücken in den Boden stellen wir fest, wie tief die Pflanze ohne Probleme durchwurzeln kann. Um dann zu sehen, wie auch hier auf dem Bestand, wir haben hier Arten wie den Rotklee, den Hornklee, aber auch verschiedene Weidelgrassorten, gerade die späten, die jetzt auch grün sind. Und um zu schauen, wie tief die Wurzeln und wie die das machen, brauchen wir einen Spaten, um mal nachzugraben, wie tief diese Wurzeln und warum sie jetzt die Möglichkeit haben, tatsächlich in dieser fast unwirtlichen Situation immer noch grün zu bleiben und Wachstum zu generieren. Und wir sind hier auf einer Fläche, die tatsächlich ab 30 cm noch nennenswerte Menge an Wasser zur Verfügung stellen kann, um auch den Wiederaustrieb zu gewährleisten. Wir würden das wahrscheinlich kaum für möglich halten, wenn wir nicht nachgraben. Wir stellen uns natürlich schon die Frage in solchen Situationen, was sind die richtigen Arten, die wir jetzt etablieren. Angesprochen habe ich ja schon den Rotklee und den Hornklee, den wir hier auch in der Fläche vereinzelt sehen, aber auch das deutsche Weidelgras, das Wiesen-Lieschgras, der Wiesenschwingel sind Arten, die dann gut sich etablieren können und vor allem auch langfristig nachhaltig Erträge und Qualitäten bringen, wenn sie den Boden durchwurzeln können. Also wäre jetzt das Thema, gerade im August 2022, dass wir uns Mischungen aussuchen, wie Green Trip Kleegras oder die Plantera 2013, wo wir Weidelgräser, Lieschgras, Wiesenschwingel, aber auch den Rotklee und eine Wiesenrispe zum Beispiel mit dabei haben, damit wir das etablieren können. Hier auf der Fläche im Speziellen wäre die Empfehlung zu einem Green Trip Kleegras mit 57 Prozent Rotklee, 9 Prozent Weißklee, Wiesen-Lieschgras und einem deutschen Weidelgras. Und das kann sich jetzt sehr gut etablieren. Damit sich das aber etablieren kann, müssen wir die Voraussetzungen im Boden schaffen, so wie wir uns auch jetzt schon Gedanken machen, wie wir zum Beispiel die leistungsstarke Sorte Aktivus beim Raps so in den Boden bringen, damit sie gut keimt. Also wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Und wie wir die Voraussetzungen am besten schaffen, das können wir jetzt mit dem Güttler Green Master zeigen. Herzlich Willkommen, mein Name ist Jörg Dorn von der Firma Güttler. Ich bin tätig als Gebietsverkaufsleiter im Raum Franken, Thüringen und im nördlichen Teil von Baden-Württemberg. Wir haben jetzt schon gehört, wie der Hans Koch davon erzählt hat, auf welche Parameter man zu achten hat, dass der Boden vorbereitet wird, dass die Kalkung passt, dass die Nährstoffversorgung passt. Und jetzt gilt es natürlich, das Saatgut sicher im Boden zu etablieren. Dafür müssen in einem nicht gepflegten Bestand einfach Lücken geschaffen werden. Dafür haben wir unseren Green Master dabei. Den gibt es in Arbeitsbreiten von 3 bis 8 Meter in der aufgelösten Kombination. Das bedeutet immer, der Striegel und die Walze können sowohl kombiniert als auch getrennt gefahren werden, je nach Witterung. Wir haben serienmäßig einen zweibalkigen Striegelaufbau mit unserem 12 mm starken Zinken, der die nötige Aggressivität einfach herbringt, um sicher Schadgräser und Schadkräuter zu entfernen, Lücken zu schaffen für eine Nachsaat, das ausgestriegelte Material an der Oberfläche abliegen zu lassen. Und bei so einem sonnigen Tag wie heute, dauert es auch nicht lang, sind die abgestorben und sind nicht mehr gefährlich für den Folgebestand. Nachdem das Saatgut sicher an den Boden ausgebracht wurde, können wir dann mit unserer Güttlerwalze kommen und das Saatgut langsam anwalzen, um einen sicheren Bodenschluss zu gewährleisten. Falls ihr Fragen zur Technik habt, zu den Verfahren habt, allgemein zum Thema Grünlandnachsaat, könnt ihr euch gerne bei mir oder bei meinen Kollegen von der Firma Güttler melden oder einfach bei eurer nächsten Beiber Anfragen nach einer Beratung. Ja, wir waren gerade noch im Grünland, jetzt sehen wir Zwischenfrüchte, die 4022 als Vorbereitung zum Mais, ganz flach abgelegt, damit der Mais nächstes Jahr sicher 10% mehr Erträge bringen kann. Ja, und das machen wir mit unserem Green Master, die Allround-Maschine für 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, gerade noch im Grünland, jetzt in der Zwischenfrucht, demnächst auch bei der Maiszünstlerbekämpfung. Wir melden uns wieder, seid gespannt. Vielen Dank.